Mit dem Mord an dem österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo hat er den Ersten Weltkrieg mit ausgelöst. 101 Jahre später setzt Serbien dem bosnisch-serbischen Attentäter Gavrilo Princip ein Denkmal. Die zwei Meter hohe Bronzestatue wird in einem Park in Belgrad enthüllt, im Beisein des serbischen Präsidenten Tomislav Nikolic. Der Staatschef nennt Princip einen Helden und eine Symbolfigur für die Freiheit. Princip ist eine umstrittene Figur in den Ländern des früheren Jugoslawiens, die noch immer an den Folgen der ethnischen Konflikte in den 90er Jahren leiden. Der bosnisch-serbische Nationalist hatte am 28. Juni 1914 in Sarajevo Franz Ferdinand und dessen Frau Sophie erschossen. Das Attentat führte zu einer internationalen Krise, die wenig später im Ersten Weltkrieg gipfelte.